Musik Herzlich Willkommen im Garten Tausendschön, einem offenen Gemeinschaftsgarten, bei dem sich jeder mit einbringen kann. Die Idee beruft sich auf unserem Grundgedanken. Gutes Essen, gute Landwirtschaft für alle. Jeder kann mitmachen. Außer eigenen Hatschuhen und Freude am Gärtnern muss man gar nichts mitbringen. Alles was man müssen muss, lernen wir miteinander. Es gibt immer etwas zu tun. Auf einer Tafel kann man sich jederzeit nach Arbeit erkundigen. Und da es keine eigenen Beete gibt, teilen wir die Ente nach Stundeneinsatz. Das stärkt das Gemeinschaftsgefühl. Mehr als nur Gärtnern. Wer handwerklich oder künstlerische Fähigkeiten mitbringt, kann auch diese mit einbringen. Es stehen Werkzeuge, Holz und Malmaterial zur Verfügung. Darüber hinaus gibt es das Projekt Repair Girls, wo wir versuchen kaputte Sachen zu reparieren. Dass auch jeder Besucher sieht, dass dieser Garten eine Auszeichnung bekommen hat. Applaus 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 Das was Sie hier finden ist gelebte Integration, gelebte Inklusion und so muss es auch weitergehen. Wer hier mitmacht, was Besseres kann es nicht geben. Hier werden Fremde zu Freunden. Man kennt sich, man hilft miteinander, man hilft sich miteinander gegenseitig. Und das ist das genau, was unsere Gesellschaft mehr denn je braucht. Allen Ihnen und allen hinter mir einen herzlichen Dank dafür. Herzlichen Dank. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020